Hallo und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich hoffe ihr hattet einen wundervollen Tag, dass es euch blendend geht, ich komme gerade vom Sport, mir geht es sehr sehr gut und wir dürfen heute tatsächlich endlich mal in das Skillset von Seraphine oder Seraphine oder wie man sie auch immer nennen möchte hereinschauen. Ich bin gespannt, dieser Champion ist ja schon sehr sehr gehypt worden tatsächlich im Vorneraus, denn vielleicht haben wir es gar nicht alle mitbekommen, aber dieser Champion hat einen eigenen Twitter-Kanal, ja ist ein bisschen krass und man muss sagen, die Bilder auf dem Kanal sehen auch echt cool aus, so als wären sie irgendwie in echt so, ne, also es ist richtig richtig cool gemacht die meisten von diesen Bildern und da wurde schon ein gewisser Hype aufgebaut, denke ich mal, ne, also definitiv cool, ist schon, ja, ne, ist schon so ne cute. Wir schauen mal rein, was sie kann und wo sie vielleicht zu gebrauchen sein wird. Fangen wir an mit ihrer Passive. Ich würde sagen, dieses Mal probieren wir es einfach mal, weil viele sich immer beschweren, dass ich zu oft anhalte. Ich lasse es einmal laufen, dann erkläre ich es und dann lasse ich es nochmal laufen. Ist das ein guter Plan? Also, auf geht's. Seraphine, ihre Passive. Haben wir Musik? Einmal mit Musik. Das, meine Freunde, da kommt jetzt durch nichts mehr. Das ist ihre Passive und zwar geht es bei der Passive darum, Every Third Basic Ability, also jedes Mal, jeder dritte Zauber, den Seraphine castet, bekommt Echo. Das heißt, dieser wird doppelt gezaubert. Er zaubert zweimal, beziehungsweise sie. Außerdem, und da müssen wir nachher drüber reden, Additionally, immer wenn sie ein Cast, also ein Zauber, neben einem Verbündeten zaubert, wird eine Note kreiert. Jede Note erhöht die Range der Basic Attacks und Magic Damage zusätzlich. Wird dann aber genau dahin verbraucht. Das heißt, schauen wir nochmal kurz dabei. Sie zaubert einen Zauber, dieser wird verdoppelt. Okay, das ist einfach. Jetzt zaubert sie zweimal. Zack, zack. Der wurde verdoppelt, hat man gesehen. Und jetzt sehen wir auch diese Noten. Das sind diese sogenannten Noten, die hier um dieses Ziel drum sind. Ist also auch für den Verbündeten, nicht nur für sich selber. Und diese vier Dinger werden jetzt abgeschossen, wenn sie angreift. Zack. Ba, 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 ba. Oh, die, was ich auch gerade sehe, ist, dass die von Leona mit konsumiert werden. Ich dachte, die sind für Leona selber, wenn sie angreift, aber die werden direkt mit verbraucht. Zack. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Schauen wir uns direkt die Queue an. Die Queues, naja. Ändern uns ein bisschen an die Nico Queue, wenn wir ehrlich sind. Na? Hallo mit Sound. Komm, gib mal Sound. Eigentlich nichts Besonderes. Hier ist auch nicht viel, was steht. Und zwar Seraphine projects a pure node. Bla, bla, bla. Magic Damage macht das Ganze. Und dieser Schaden wird erhöht durch Targets Missing Health Percentage Damage. Das ist immer sehr, sehr stark. Na, wenn Ziel wenig AP hat und dein Queue, was wahrscheinlich immer der Hauptzauber ist, der Bread and Butter Spell, wie man immer schön sagt, dann noch mehr Damage macht, das prügelt ziemlich rein. Vor allem, wenn wir berücksichtigen, dass dieser Zauber, wie man hier sehen kann, ja auch doppelt gezaubert werden kann, ja. Das heißt, ne, du droppst direkt low und dann kommst du dem Ding nochmal hinterher und macht noch mehr Schaden, weil du low gedroppt bist. Ja, der AOE-Effekt scheint relativ groß zu sein, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Also, das Ding zu verfehlen, nee, das kann nicht so groß sein. Oder, müssen wir mal schauen. Vielleicht ist das auch nur so eine musikalische Note. Aber wenn das wirklich diesen AOE-Effekt hat, das ist ja diese Nasus-W, die kannst du ja gar nicht dogen, das wäre ein bisschen krass. Können wir vielleicht einen anderen Identifikator, vielleicht das? Nee, das breitet sich halt so aus. Hm, schwierig zu sagen, ne? Wie? Vielleicht so. Ich würde vielleicht, selbst das wäre riesig. Das wäre gewaltig. Also, da muss ich mal gucken, was das jetzt ist. Damit kannst du ja, da kannst du eine komplette Wave mit cleanen, das kann nicht sein. Also, wenn das der Fall ist, dann darf das Ding kein Damage machen. Das muss eine Animation sein. Aber, selbst wenn es eine Animation wäre, dann wäre es auch dumm. Weil, kennt ihr diese Spells, die größer sind als... Naja, also das Ding ist, ihr wollt Draven Ultimate dodgen. Naja, und ihr denkt, okay, hey, wenn das Ding da langfliegt, trifft es mich nicht, aber es trifft euch doch. Weil die Hitbox kacke ist. Das heißt, dieser Spell muss rein theoretisch so groß sein. Muss er sein. Und wenn der Spell so groß ist, holy shit, ist der groß. Gucken wir mal in die W rein. Die W ist Surround Sound. Surround Sound funktioniert so, dass sie, das ist quasi so ein Support Spell, sag ich mal, sie macht Musik und Verbündete in der Nähe, die die Musik auch hören, bekommen Movement Speed und ein Schild. Und sie natürlich auch. Wenn Seraphine geschildet ist und das Ganze zaubert, dann kann sie Verbündete heilen. Based on how many allies are near. Das heißt, wenn viele Verbündete um sie rum sind, kann sie deutlich, einen deutlichen HP Wert regenerieren. Das Ganze ist natürlich dahingehend interessant, dass, wenn ihr das doppelt kastet, ja, wenn ihr es doppelt kastet, seid ihr bereits geschildet und könnt diesen Effekt triggern. Vielleicht ist aber auch hier, muss man überlegen, es worth Solari zu kaufen. Das heißt, ihr benutzt Solari und seid geschildet und könnt ohne euren, ja, ich sag mal, ohne die Passive, dass ihr es doppelt zaubert, direkt den verbesserten Schild-Heal benutzen. Ne? Vielleicht ist das cool. Müssen wir mal sehen. Könnte interessant sein. Man weiß es nicht. Ne? Vielleicht gibt es da noch andere Items, die schilden können oder vielleicht, vielleicht macht man auch verschiedene Kombinationen, ne? Janna, Seraphine, Botlane. Ne? Muss man mal sehen, wie stark das Ganze dann ist. Weil, man muss natürlich berücksichtigen, ich weiß nicht, wenn sie sagt, she can heal her nearby allies, ja, werden die dann trotzdem, kriegen die dann trotzdem noch Muffenspeed? Das hat die Frage. Wie stark ist das Schild? Ist ja Heal stärker als das Schild. Das ist ebenfalls die Frage. Ist also ein definitiver Support-Spec, macht überhaupt keinen Schaden. Dann kommen wir zur E. Mit Musik bitte. Das war einfach. Jetzt sehen wir das Ganze zweifach. Das ist die E. Die E ist im Prinzip, ja, Heavy Soundwave, so einen richtig dicken, dröhnenden Bass, macht Magic Damage an Gegner in einer Linie und verlangsamt sie. Wollen wir das Ganze mal schauen, wie viel sie verlangsamt werden? Ist immer wichtig. Schon ordentlich. Turbo ordentlich, würde ich sagen. So 50, 60 Prozent sind das schon wohl. Gegner, die bereits geslowt sind, werden geroutet. Festgehalten. Gegner, die bereits geroutet sind, werden gestunt. Gut, das Ding ist, hier muss man sagen, es ist im Prinzip, ich würde sagen, das hier ist Nico in Menschenform so ein bisschen. Wobei Nico ja auch halbmenschlich ist. Das ist wie das Nico Ding, nur dass Nico halt direkt bindet, aber hier, oder so eine Zyra E. Ich meine, okay, man muss nicht immer alles vergleichen, aber man kann es halt schon in die Richtung nehmen. Das heißt, es ist ein Skillshot, der durch Ziele durchfliegt und diese CC'd. Man muss sagen, natürlich, erst mal, wenn man es einmal castet, es macht weder einen Stun noch einen Root, aber einen sehr, sehr starken Slow. Und wenn ihr das Ganze doppelt castet, werden die auch noch festgehalten. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn Gegner geroutet sind, kann man sie stunnen. Wie soll man Gegner stunnen? Man kann es ja nicht dreifach zaubern. Das bedeutet, so gehe ich mal aus, entweder ihr habt eine richtig coole Idee und sagt, Tobi, berücksichtige mal dies und das, oder man muss das mit Verbündeten machen. Das heißt, wenn euer Verbündeter, keine Ahnung, den Gegner stunnt und ihr dann die E drauf hämmert, ne, dann ist der Gegner sofort gestunt. Das wäre ziemlich krass, weil, ne, er wäre nicht, ah ne, stopp, ne, stopp. And already rooted a stunt. Wenn er gestunt ist, was ist, wenn ich denn auf ein gestuntes, das wäre die nächste Frage. Wenn ich auf ein gestuntes Ziel das Ding werfe, dann ist er wahrscheinlich nur geslowed, ne. Das heißt, man müsste das mit jemandem kombinieren, der er routen kann. Wenn ihr also mit einer Zyra spielt, wir werfen einfach mal Fragen in den Raum, ja. Und ihr, er routet, sie routet den Gegner und dann werft ihr das drauf, dann stunt ihr den Gegner. Könnte cool sein. Könnte eine coole Idee sein. Aber selber kann man das anscheinend nicht auslösen. Man kann es ja nicht dreifach casten. Gibt es ein Item, was dann? Ne, gibt es nicht. Gut, dann kommen wir zur Ultimate. Die Ultimate mit Sound bitte. Ich habe den Sound selber noch nicht gehört, by the way. Ja. Das war schon die Ultimate. Die Ultimate ist ein sehr langer Skillshot. So ein bisschen, so einer Aurelien mäßig. Takes, sehr auf ihn, takes the stage. Projecting, bla 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 bla, ganz viel Musik. Charmed Gegner, die getroffen werden, die werden gecharmed. Macht Magic Damage, wahrscheinlich nicht den meisten. Alle Champions, die drin sind, auch Verbündete included, werden Part der Performance. Das heißt, diese bekommen mehr Range für ihre Abilities. Das ist interessant. Extending the Range of the Ability. Ah ne, ich glaube, of the Ability, of diesen Tanz Ability wahrscheinlich. And granting Allies Maximum Notes. Das heißt, Verbündete, die drinstehen, bekommen vier Noten, was cool, nett klingt. und Gegner werden gecharmed. Magic Damage. Die Frage ist, was meint die mit Extending the Range? Also, das geht dann noch länger nach hinten. Ob das wirklich worth ist? Ja, vielleicht. Mal gucken. Ja, das war's. Dann schauen wir uns doch mal an, was wir mit dem Kit anfangen können. Fangen wir erstmal so ein bisschen an. Es ist ein bisschen nervig, dass man immer jeder dritte Spell hat. Oder beziehungsweise dritte Autotech, dritter Spell, dritter, dies und das ist immer. Wobei dritter Spell, hatten wir schon mal dritter Spell, noch nicht so richtig. Diese, man sagt immer, diese drei Hit-Pässe sind ziemlich ausgelutscht, um da Riot ein bisschen in Schutz zu nehmen. Zwei Hits ist halt auch echt verdammt wenig und vier ist zu viel. Das ist einfach auch im Film. Es ist immer der dritte Versuch, egal was. Es ist immer der dritte, weil es ist einfach die perfekte Zahl. Da kann man nichts gegen machen. Dass sie doppelt castet, finde ich cool. Sowas gibt es noch nicht direkt im Spiel. Jetzt frage ich mich aber nur, bei den neuen Champions, die kommen, die sind immer komplett überladen. Und dadurch ist auch das Balancing immer voll schwer. Muss dieses da noch dazu? Hätte nicht das hier gereicht? Every third ability wird in Echo gecastet. Hätte komplett gereicht, meiner Meinung nach, oder nicht? Muss dazu noch, dass wenn Verbündete in der Nähe sind, sie noch eine Note erzeugt und dann mehr Basic Attack Range und so weiter, muss das dabei sein? Genauso wie bei, wie heißt die andere Champions? Sarah, Sarah, Ramira oder Samira. Da steht auch so ein turbo langer Text. Ich frage mich, muss das dabei sein, dass sie irgendwie noch auf das Ziel dashen kann mit ihrer Passive und ihn rooten oder stunnen kann oder sowas? Naja, aber gut. Vielleicht ist auch die Idee, dass man hier sagt, hey, wir wollen dich unbedingt in die Support-Richtung drücken. Wir wollen nicht, dass du Midlane gehst, sondern Support, weil da hat man immer einen Verbündeten in der Nähe. Ob sie tatsächlich jetzt Supporter wird oder vielleicht auch Midlaner. Jungle wahrscheinlich nicht und Toplaner wahrscheinlich auch nicht, aber so diese beiden Lanes wahrscheinlich. Schauen wir nochmal auf ihre Queue. Ja, die haben wir schon drüber gesprochen, hat halt einen turbo riesigen Reichweitenradius-Ding. Crazy McCrasenstein. Ja, das Ding ist halt auch so ein absoluter Support-Spell. Erinnert mich ehrlich gesagt an Karma, das Ganze so ein bisschen. Karma für Fortgeschritten oder für bessere, weiß ich nicht, Karma in Besser. Naja, du kannst quasi aussuchen, ob du deinen verbauten, verbesserten Spell, ob du da richtig viel Damage machen willst, so wie bei Karma, mit der Air-Q. Du kannst aussuchen, ob du deine Verbündeten richtig cool schilden willst, wenn du deinen dritten Spell benutzt. Oder du kannst auch den Gegner mehr routen, wenn du das ebenfalls verbessert. Eigentlich ist das hier Karma, nur, dass sie noch eine Ultimate hat. Klar, sie ist nicht ganz so, ja, ich sag mal so ganz flexibel. Sie kann nicht einfach sagen, okay, jetzt verbessert es eh, sondern sie kann nur jeden dritten Zauber machen. Und ehrlicherweise, finde ich, sind die Spells auch, glaube ich, nicht so krass spammbar. Müssen wir mal schauen, aber es ist nicht so, dass du zackst, so wie bei, welcher Champ könnte es sein, keine Ahnung, irgendwer, boah, welcher Champ, irgendeinen, wo man richtig viel spammen kann, ne? Katharina Q, oder W, ne, hat auch nicht so krass spammbar, aber keine Ahnung, dass du ständig die drei Stacks aufbaust, ja, dass du das hier ausnutzen kannst. Ne, das ist bei ihr, weiß ich nicht, das sind alles so Spells, die, glaube ich, die E hat so bestimmt 15, 16 Sekunden, die W hat auch irgendwie so 14 bestimmt mindestens, vielleicht sogar länger, und die Q auch so 8 oder so, wenn du da ein paar Punkte drin hast. Also, das ist wahrscheinlich auch ihre Schwachstelle, wo man direkt sagen kann, hey, sie hat gerade nicht ihre Stacks, kann man das eigentlich sehen, wann sie ein Doppelcast zur Verfügung hat? Das ist der Einfachcast? Weiß ich nicht, war schwierig. Sieht, vielleicht, weil das so blitzt so ein bisschen, könnte sein, ja, vielleicht, weil es auch leuchtet, ne, dieses Brett leuchtet da drunter, vielleicht hängt es damit zusammen, jetzt leuchtet das Brett, ich glaube, und es blitzt, ich glaube, damit hängt es zusammen. Okay, cool. Also ja, dieser Schild-Effekt, muss man mal schauen, was man damit so machen kann, ist natürlich auf jeden Fall Support. In der Mitte wahrscheinlich nicht so geil, Movement Speed ist nett, Schild ist nett. Ja, ich meine, man könnte sich Schilden den Gegner zulaufen, den Gegner ehen und dann quehen, so ähnlich wie bei Nico. Spielt sich wahrscheinlich genauso wie Nico in der Richtung. Ja, die E, ja, muss man, also ich weiß nicht, ich glaube, das meiste ist tatsächlich gesagt worden, ne? Ultimate. Auch hier, ja, okay, alle kriegen diese Noten, da frage ich mich wieder, muss das sein, dass die alle ihre Noten bekommen. Vor allem, ja, ich meine, natürlich macht es dadurch die Ultimate besser, wenn man Ziele drin, viele Ziele drin hält, hat so ein bisschen was von Sona, ehrlich gesagt, Sona in vielleicht besser, wobei nicht unbedingt besser. Es geht deutlich weiter, allerdings ist es ausbreitend. Das bedeutet, naja, du kannst, es ist nicht sofort überall, so wie bei Aurelion, sondern du kannst noch schnell ausweichen. Sie könnte jetzt schnell nach W, nach rechts oder nach oben mit der W dodgen, wäre möglich. Ne? Sie wird jetzt gecharnt, läuft drauf zu, ja. Ja, muss man mal sehen. Also, ich denke, das sieht alles nach sehr viel CC aus. Sie wurde, glaube ich, auch als Supporter angekündigt. Klar, kann man sowas immer abusen, vielleicht die Midlane, ne? Aber ich denke, für Midlane wird sie zu wenig Damage haben, aber vielleicht geht es trotzdem. Ne? Sieht machbar aus. Sie kann, glaube ich, farmen, vor allem mit der Q. Sollte man farmen können. Ne? Das kann Raka nicht so gut. Die W ist echt nicht so toll zum Farmen. Vor allem, wenn man in Nahkampf geht. Ja, das ist der Champion. Ihr könnt mir ja mal kurz euren, oder auch gerne lang, euren Eindruck hinterlassen, was ihr dazu denkt. Wir haben hier noch ein paar Skins. Das ist der normale, sieht cool aus. Das ist wahrscheinlich, kann das sein, dass das KDA ist und True Damage. Das hier sieht nach, oder ist das auch KDA? Boah, ich bin nicht so drin im Game, aber das hier sieht so ein bisschen, ja, es könnte auch, ist das nicht dieses neue KDA? Weiß ich nicht. Aber, ja, bin auf jeden Fall gespannt, was der Champion so drauf hat. Ihr könnt mir gerne mal eure Impressionen dalassen, was ihr vielleicht auch denkt. Mit wem kann man diesen Champion am besten auf der Botlane kombinieren? Gibt es einen Articare, der routen kann zum Beispiel? Fällt mir jetzt spontan keiner ein, aber vielleicht habt ihr ja gute Ideen. Ihr seid immer schlau. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Auf Wiedersehen und bis dann, Antenne. Tschüssi Kowski.